Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander oder gegeneinander abzugleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holgi. Hallo. Moin. Achso, ich muss ins Mikrofon sprechen, sonst funktioniert das nicht so gut. Das geht schon so. Geht schon, ja. Ja, kannst du dich ruhig zurücklehnen. Entspann dich mal. Dann entspann ich mich mal. Erhol dich von deiner anstrengenden Zeit. So, dann kann ich dir erzählen. Ja, erzähl mir mal was. Ich hatte Urlaub, eine ganze Woche. Das ist doch schön, eine Woche Urlaub ist kein Urlaub, oder? Es ging eigentlich, denn meine Frau hatte keinen Urlaub und ich war hier quasi für Haus und Heim zuständig mit einem Großprojekt. Und zwar ist nach nur neun Jahren unsere Holsterrasse schon weggegammelt, zumindest zu einem Teil. Gehört das so? Dieser Eckteil. Nee, normal nicht. Das ist ein holzsibirische Lerche gewesen, von dem man eigentlich sagt, das hält so mindestens 15 Jahre, weil das einen sehr hohen Harzanteil hat. Also es ist sehr haltbar von sich aus. Muss man gar nicht großartig behandeln eigentlich. Nun ist es aber so, dass gerade da, wo die Stöße waren, also wo so zwei Dielen aneinander gestoßen sind, die Dielen sind halt nicht lang genug, um in einer Diele so ganz rüber zu gehen. Und dann hat man so Stöße. Und da wo so Stöße sind, da gehen halt so vier Schrauben in die Unterkonstruktion rein, die auch aus Holz ist. Und gerade an den Stellen sind die Balken der Unterkonstruktion weggegammelt. Die aber auch aus Lerche waren. Das sind so sechs mal zwölf Zentimeter hochgestellte Balken. Ich denke bei sowas immer an diese Scheunen, die man irgendwo in Bayern auf der Plattenwiese stehen sieht und die irgendwie 100 Jahre alt sind und aus unbehandeltem Holz und nicht gammeln. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nach einem Jahrzehnt schon im Eimer ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich weiß auch nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Ich habe diesmal ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe den Tipp bekommen, zwischen Unterkonstruktion und Diele und auch unter die Unterkonstruktion nochmal Dachpappe zu legen. Also so eine Sperrbahn, Mauersperrbahn. Vielleicht ist es jetzt besser. Und ich habe die Unterkonstruktion diesmal auch lackiert. Ich hatte die letztes Mal nur geölt mit so einem Holzschutzöl. Und jetzt habe ich die gleiche Lackfarbe genommen, die ich hier auch auf der Fassade drauf habe. Da hatte ich eh noch ein bisschen übrig vom Hausstreichen vom letzten Jahr. Und da habe ich die da einfach drauf gepinselt. Aber will man das nicht eigentlich ohne Lackieren haben? Also so unbehandeltes Holz? Jada, jada. Damit das besser trocknet? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mal vor vielen Jahren eine Sendung gemacht mit einem Typen, der so... Ich habe übrigens eingetränkt. Prost. Prost. Prost, der so biologische, so Biohäuser baut. Weißt du, so aus Holz, mit so Lehmputzwänden und all solchen Sachen. Und der sagt halt, das Beste, was man machen könnte, wäre halt, das Holz unbehandelt zu lassen. Von dem habe ich das auch, den Blick auf die Scheunen in Bayern. Kommt auf das Holz an, würde ich sagen. Also es gibt halt Hölzer, die sind von Natur aus sehr haltbar. So vor allem Harthölzer, wie Eiche zum Beispiel. Und das ist dann aber zu teuer, oder? Das ist halt dreimal so teuer wie Lerche. Also ich hatte ein Angebot für Robinie. Das ist so ein einheimisches Hartholz. Ich bin halt nicht so der Teak- oder Tropenholz-Typ. Das ist doch auch irgendwie böse, ne? Nicht so meins. Na, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch angeblich irgendwie Händler, die da irgendwie für nachhaltigen Raubbau, keine Ahnung, die da irgendwie dafür sorgen, dass es irgendwie ein Okay ist. Ich will jetzt also keine Brandrede gegen Tropenhölzer schwingen. Dazu bin ich nicht in der Lage, aber, also wäre ich in der Lage, aber nicht sinnvoll. Aber es ist halt nicht so meins. Habe ich einfach keinen Bock drauf persönlich. Und deswegen habe ich nach einheimischen Harthölzern geguckt und das wäre dann tatsächlich Eiche oder Robinie. Und Robinie hätte halt das Dreifache gekostet von dem, was ich jetzt habe. Und selbst wenn es dann dreimal so lange hält. Also ich habe jetzt irgendwie 1200 Euro gezahlt, nur für das Material. Und wenn ich mir überlege, okay, vielleicht muss ich dann, wenn ich Pech habe in zwölf Jahren, also wenn ich ganz großes Pech habe, ist es wieder nach neun Jahren kaputt. Das glaube ich aber nicht, weil ich halt diesmal ein bisschen anders gemacht habe. Weiß nicht. Wenn ich in 15 Jahren neu bauen muss, dann mache ich es halt nochmal. Aber dann bauen halt schon meine Kinder. Eine Unterkonstruktion aus Eiche und obendrauf dann eine Beplankung aus Teak. Weil jetzt scheiße ich drauf. In 30 Jahren macht das halt schon mein Schwiegersohn für mich dann. Nee. Oder mein Enkel oder so. Und was ist denn? Nee, der macht das nicht. Nee, mein Enkel nicht. Nicht in 30 Jahren. Also du bildest dir das ein. Also das ist so wie, wenn man Kinder hat, dann kommt einen wenigstens mal jemand besuchen, wenn man... Wenn nicht, dann wohne ich halt auch nicht. Also in 30 Jahren bin ich 70. Und da werde ich nicht mehr hier die sechs Meter langen... Nee, die waren gar nicht sechs Meter lang. Wie lange waren die Balken? Ich glaube, die waren irgendwie sieben Meter lang. Sieben Meter lange Balken, sechs auf zwölf Zentimeter. Weißt du, wie schwer die sind? Nee. Die sind auerschwer. Also wenn man die alleine durch den Garten trägt, so zehn Meter weit, dann ist hinterher Aua. Also doll Aua. Egal wie sinnvoll du dich dabei durchschlust. Ja, aber in 30 Jahren kriegst du eine Lebensversicherung ausgezahlt, dann hast du Geld genug, um das einen Dienstleister machen zu lassen. Ich habe keine Kapitallebensversicherung. Ich habe nur Lebensversicherung. Die kriege ich ausgezahlt, wenn ich draufgehe. Ja, mit 70 beim Holzplanken schleppen. Die hält nur bis 65. Auch das noch. Also ich muss mit 64 drauf gehen, wenn meine Frau reicht. Ich wollte gerade sagen, ich muss mit 64 ein Torf gehen, genau. Dann kann eine Frau die Planken von einem Dienstleister wieder dahin stellen lassen. Von einem gut gebauten Dienstleister. Genau. Der Cola Light trinkt mit nacktem Oberkörper. Bevor ich es wieder vergesse, ich muss noch die Mighty Mouse Geschichte erzählen. Dazu bin ich mehrfach aufgefordert worden, weil ich das irgendwann mal angeteasert habe und nicht getan habe. Die ist eigentlich schnell erzählt. Also ich laufe so über die Friedrichstraße. Das ist eine Straße in Berlin, ne? Eine Straße in Berlin, genau, mit Geschäften. Und dann war da so ein, was waren das? Gravis, glaube ich. So ein Apple Retailer. Und dachte mir, scheiße, du brauchst doch noch eine ordentliche Maus. Und gehe da total lässig rein. So, macht die Tür auf. Zack. Ja, hallo. Ich hätte gerne eine Mighty Mouse. Sagt der Typ zu mir. Habe ich nicht. Ich könnte dir eine Magic Mouse verkaufen. Weil so heißt die Maus von Apple. Die heißt gar nicht Mighty Mouse. Nee, die heißt Magic Mouse. Und ich war halt total lässig, wie ich da reinkam. So irgendwie, weißt du, so weltmännisch. Ja, ich bin so Apple User. Ich war so cool, alles hier. Und ja, jedenfalls, ich kann dir eine Magic Mouse verkaufen. Jetzt sage ich, okay, ich komme noch mal rein. Und bin dann aber auch rausgegangen, noch mal reingegangen, habe gesagt, hallo, ich hätte gerne eine Magic Mouse. Mit dem Versprecher? Nee, ohne den Versprecher. Der war aktuell. Ja, das ist eigentlich nur die Mighty Mouse-Geschichte. Aber es ist halt sehr schön, weil immer dann, wenn du besonders lässig und cool sein willst, bist du halt eine arme Sau. Ja, eigentlich schon. Ja. Naja. Das war schon die Mighty Mouse-Geschichte. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Doch, ich habe mir eine neue Brille geholt. Habe ich das schon erzählt? Ich habe es geblockt. Die hast du geblockt? Das habe ich gesehen, ja. Ja, dann bräuchte ich dir nichts zu erzählen. Nö. Nö. Eigentlich nicht. Ich habe mir eine Gleitsichtbrille bestellt. Das hat meine Frau auch. Ja, ich bin gespannt. Die ist auch fertig. Ich habe es nur noch nicht geschafft, die zu holen. Meine Frau hat die jetzt seit anderthalb Wochen oder so. Ja. Und hat ordentlich zu kämpfen. Echt? Also, ja, ist eine massive Umstellung für sie. Oh je. Also, die hat sich noch nicht dran gewöhnt. Na, ich bin gespannt. Die Optikerin sagte halt, fang so früh damit an, wie du kannst, weil je länger du wartest, desto schwieriger wird es sich dran zu gewöhnen. Aha. Ja. Da ist meine Frau ja immerhin noch früher dran als du. Und das ist halt die Frage, wie schlecht sie sieht. Nicht so schlecht. Also, sie kann es nur noch ohne Brille. Ach so. Na, ich kann stets ohne Brille, aber halt nicht in die Ferne gucken. Ach so. Ja. Also, lesen kann ich ohne Brille auch. Was willst du denn in die Ferne gucken? Genau. Da ist ja nichts. Da ist ja nichts. Am Horizont, da geht es ja auch nicht weiter. Ne, ich habe die nur noch nicht geholt, aber das ist, ich glaube, ab dem Moment, wo ich die trage, bin ich dann offiziell alt. Offiziell alt. Ich bin ja übrigens bald offiziell hipster. Hipster? Lässt dir im Bad wachsen? Ne. Aber ich habe jetzt selbst Cold Brew gemacht. Ah. Ich fand das ja sehr abstrus. Ach ja, du hast hier so eine Flasche, so eine Kanneflasche, Kannenflasche gekauft. Als du mir von dem Thema erzählt hast, fand ich das ja sehr abstrus, irgendwie, dass man irgendwie Kaffee auch kalt zubereitet und dass kalter Kaffee jetzt irgendwie eine neue heiße Scheiß ist und war sehr skeptisch. Aber ich bin ja ein neugieriger Mensch und ich muss ja alles ausprobieren. Ich habe das einmal probiert, ohne besondere Zuhilfenahme von Geräten, also einfach eine Glaskanne genommen, Kaffee gemahlen, reingetan, Wasser draufgekippt, gewartet und wollte es dann einfach durch einen Filter kippen. Geht nicht. Also durch einen Tripper-Filter. Geht das? Geht nicht, ne? Das geht, dauert nur sehr langsam. Das versottet halt sofort. Wenn man es ein bisschen grober gemahlen hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber war nicht so erfolgreich. Dann hatte ich letztens da von dem Fette-Kuh-Menschen Late-Night-Block. Heißt er Martin. Ich weiß sein Twitter. Manchmal weiß ich von Menschen eher den Twitter-Handle als den realen Namen. Das ist ein bisschen peinlich, oder? Ja, nö. Ja, ach, nö. Ist halt so. Und das fand ich schon ganz nett, was er da geschickt hat. Ich dachte, ach, dann probierst du es doch nochmal aus. Ich habe gerade irgendwie so Hipster-Kaffee auch zu Hause, weil wir in der Firma machen wir so eine Sammelbestellung bei, wie heißt die? Quichotte? Keine Ahnung, nie gehört. Quichotte-Kaffee in Hamburg, so eine Kaffee-Rösterei, die halt selbst importieren. Die sagen, Fairtrade ist uns nicht fair genug. Wir kaufen halt selber eine. Und machen da auch so Hipster-Werbung und so. Und da hatte ich dann mal mitbestellt. Und da habe ich dann das nochmal jetzt ausprobiert mit so einer WMF-Dingspumpskanne mit so einem Einsatz. Also so ein großer Metall-Sieb-Einsatz. Mit dem ich bisher jetzt immer meinen Tee, wir haben ganz viel Minze im Garten. Die verbreitet sich auch wie Unkraut. Meine Frau hat schon zu kämpfen. Eine Minze ist doch nicht Hipster. Das ist ein Hipster, der hat ja doch klar Minzblätter und heißes Wasser in ein Glas. Und dann hinstellst du der... Damit hat das alles angefangen, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, ja. Damit haben... Da war dann Ende. Also das Zeug wächst bei uns im Garten wie verrückt. Jetzt saufen sie halt Bier aus Einweckgläsern. Einweckgläser, ja stimmt. Diese Weckgläser, das ist schon... Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist... Ja. Warum nicht? Letztens irgendwo... Was habe ich denn gehört? Irgendein Podcast habe ich gehört. Und da war dann Werbung für einen Fertiggerichtbetrieb. In einem Podcast? Ja. Was habe ich denn gehört? Irgendein Podcast... Da war Werbung für einen Fertiggerichtbetrieb? Nicht bezahlte Werbung. Der war irgendwie drauf gestoßen und fand das dann ganz interessant und hat den dann irgendwo getroffen, hat ein Interview gemacht und die verkaufen Fertiggericht, also die kochen und wecken das dann ein und verkaufen das dann online. Und für 9 Euro kannst du dir halt irgendein eingewecktes Gericht, so Gulasch oder Thai-Curry... Für 9 Euro mache ich mir einen Gulasch aber selbst. Ja, wenn du das kannst und die Zeit dazu hast und die Muße, dann kannst du es ja auch machen. Das ist halt eher so für Leute, die nicht selbst kochen wollen oder können oder so. Für die, die die Küche im Wohnzimmer haben. Ich fand das ganz interessant, also diese Technik, das Einwecken tatsächlich, also mit original Weckgläsern auch dafür zu verwenden. So wie die das beschrieben haben, skaliert der Betrieb halt nicht. Also die kochen halt tatsächlich selbst irgendwie, da sind so zwei... Das ist ein ganz Tag Gulasch am Kochen. Er ist irgendwie ITler und sie hat irgendwie Bock, da diesen Betrieb zu machen und hat dann irgendwie noch eine Köchin mit eingestellt. Haben halt eine kleine Küche und ich weiß halt nicht genau, wie die das skalieren wollen. Naja, vielleicht wollen sie ja auch gar nicht skalieren, sondern das kann ja auch so reichen. War ich jetzt drauf gekommen? Achso, über die Weckgläse. Nee, und jetzt Coldproof. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und das ist eigentlich ganz geil. Das ist echt ganz geil, ne? Einfach gemacht. Ich male halt den Kaffee ein bisschen gröber. Ich habe ja diese Haribo-Kaffeemühle. Stelle ich ein bisschen gröber ein und male den Kaffee und tue den da rein. Kaltes Wasser und Wartentag. Und jetzt gibt es halt am Wochenende immer Eiskaffee. Vanilleeis, Coldproof drauf. Achso, ja, aber das kannst du auch mit normalem kalten Kaffee machen, den du einfach kochst und in den Kühlschrank stellst, oder? Obwohl der Coldproof nicht so streng schmeckt. Der ist ein bisschen sanfter. In Eis ist das bestimmt besser. Sehr sanft und ganz ohne bitter. Ganz geil. Also ich finde das gut. Ja, also die Kanne los, weil ich jetzt sowohl Coldproof damit mache und sobald der irgendwie... Wie viel geht denn da rein überhaupt? Weil in meine geht total wenig nur rein. Über einen Liter. Achso, echt neben mir nicht. Ich habe so eine ganz schmale, schlanke, ich weiß nicht, zwei Tassen Kaffee gehen da rein. Also zwei so Becher. Das ist dann irgendwie alles. Wenn der Coldproof fertig ist, dann fülle ich den halt um in eine andere Glaskanne. und habe die andere Kanne wieder zum Tee kochen. Ich habe mir so einen Nussmilchbeutel gekauft. Ist das übrigens auch? Habe ich den gekauft und den habe ich geschenkt gekriegt. Genau, den hatte ich auf meiner Wunschliste und den hat mir dann irgendjemand geklickt. Übrigens vielen Dank an alle, die mir gelegentlich mal was von der Wunschliste klicken. Juhu. Einfach mal gesagt. Ich habe jetzt endlich mein... Was heißt endlich? Ich habe jetzt mein Fahrrad... Du hast ein Fahrrad geschenkt gekriegt? Nein, Werkzeug komplettiert um eine Messlehre für die Kettenlehre, Kettenmess, dass man gucken kann, wann die Kette durch ist, also ausgeleiert. Jedenfalls habe ich einen Nussmilchbeutel. Dankeschön. Das ist halt praktisch auch, ich weiß gar nicht, ob das Kunststoff ist, ich glaube, das Kunststoff, also so ein Beutel aus einem Siebgewebe, das halt auch total fein ist und da geht halt so viel Kaffee rein, dass ich damit Cold Brew in einem Eimer machen kann, was ich ziemlich cool finde. Habe ich jetzt noch nicht, aber die Vorstellung, dass ich da irgendwie oder so die 10 Liter Gießkanne, das Ding da reinhängen und dann so eine Gießkanne voller Cold Brew zu haben... Aber die Gießkanne muss dann auch noch in deinen Kühlschrank passen. Ja, die würde sogar passen, wenn ich da ein bisschen, also wenn ich den ganzen Wein... So eine rechteckige Wanne könntest du machen. Stimmt, eine rechteckige Wanne, gar nicht schlecht. Ich nehme einfach so einen Tiefkühler, da räume ich eins von den Fächern aus dem Tiefkühlschrank leer, diese Schubfächer und dann haue ich da Cold Brew rein und dann kann ich dir hinterher direkt mache ich da Crushed Cold Brew Eis draus. Da kannst du dann mal mit deinem Vanillie-Eis gegen Anstecken kommen. Du füllst es in Weggläser. Sag mal, ist das eigentlich auch Hipster, wenn man in den Pfefferminztee noch so Salbei-Blätter und ein bisschen Ingwer reinhäckselt, ist das auch Hipster? Ich glaube, ja, 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 das ist alles. Notfalls, also notfalls tue es einfach in die Weggläser. So mache ich das zumindest. Also wenn du den Cold Brew ausgetrunken hast, in die Weggläser tun. Apropos Kaffee. Bitte? Hast du gelesen, dass Renato Bialetti gestorben ist? Ja, der hat sich in der Kaffee dran gebildet. Hast du dieses Bild gesehen? Auf Spiegel Online habe ich das für dich irgendwie... Beste Reklame aller Zeiten, ne? Unfassbar! Das ist auch schon ein paar Monate her, oder? Ja, zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Aber irgendein Priester steht da irgendwie Weihrauchschwenkend in der Kirche und Leute gucken alle ganz bedröppelt, ist halt eine Beerdigung. Und vorne steht eine wiesige Kaffee. Das sieht so blöd aus. Letzte Woche ging eine Todesanzeige rum, da hat ein Typ, ist halt auch gestorben, hat sich dann so bedankt, so ja, ich hatte nicht viele Freunde, aber bla bla und erzähl, erzähl, so die Todesanzeige. Und hat seine Familie, also irgendwie die Kinder und Enkel oder irgendwie sowas, explizit von der Beerdigung ausgeladen. Die dürfen nicht zur Beerdigung kommen, stand in der Todesanzeige. Das finde ich auch ganz cool. Aber so eine Kaffeekanne ist eigentlich die bessere, ja. Das muss weltweit, muss das rumgegangen sein, das Ding, so billig kriegt der nie wieder Reklame, wie dadurch, dass er gestorben ist. Er selbst jetzt nicht mehr seine Erben halt, ne? Ja, klar, und dann so ein bisschen rumfreakt. Das ist ganz geil. Gibt es so Hipster-Redelsführer, die sich dann in einem Weckglas... Mal gucken. Aber das ist dann wahrscheinlich verboten, weil man durchgucken kann oder so ähnlich. Da könnte man ja schwer ziehen oder so. Sieht man nachher die Asche. Das könnte ja die Kinder verwirren. Ach hier, du bist doch Fußballfan, wo ich gerade Kinder sage. Hast du das mitgekriegt, dass jetzt keine Kinder mehr auf den Platz dürfen? Kannst du mir das erklären? Ich habe das nur in einer Überschrift gelesen und dachte, hä? Ich habe da keine Erklärung für. Das ist UEFA. Die spinnen halt einfach total. Es ist doch so schön, wenn nach einem Fußballspiel da irgendwie die Spieler ihre Kinder auf den Arm nehmen und irgendwie ein kleines Töchterchen hat ein Trikot an mit der Nummer vom Papa hinten drauf, damit man auch weiß, zu wem das Kind gehört. Und das ist doch niedlich. Also ich weiß noch, wie schön das war, als Fabian Boll verabschiedet worden ist und seine Töchter mit auf dem Platz hatte. Ein Fußballspieler vom FC St. Pauli. Oder das ist ja gang und gäbe mittlerweile, dass die das machen. Ich finde das total gut. Und was zum Teufel soll denn dagegen sprechen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du kannst mir das sagen. Das ist das, nee, nee, überhaupt nicht. Das ist das am menschlichste, das ist das menschlichste am ganzen Fußballbrimborium, was da gerade passiert. Also hast du das vom FC St. Pauli Trainer mitbekommen, Ewald Lien? Das ging groß durch die Presse. Da hat er auf einer Pressekonferenz einen ordentlichen Rant gegen die UEFA abgelassen, weil die ganzen Spieler, die jetzt bei der EM mitspielen, halt alle total verheizt werden. Die haben halt überhaupt gar keinen Urlaub mehr, weil sie außer dem Liga-Betrieb, dem Pokalbetrieb ja auch noch die ganzen europäischen Wettbewerbe machen und dann mit den Nationalmannschaften auch noch Qualifikationen und jetzt so eine aufgeblähte EM auch noch mit 24 Mannschaften und irgendwie nur vier Scheiden out. Das ist ja irgendwie... Hauptsache vermarkten. Hauptsache vermarkten, genau. Darum sind ja auch die Anschlusszeiten in der Bundesliga mittlerweile so völlig übers Wochenende verteilt und ich würde wetten, dass das noch krasser wird. Das wird ja schon krasser. Also dieses Jahr, diese Saison ist noch so wie letzte Saison, aber ab der nächsten Saison hat Sky nicht mehr die ausschließlichen Live-Rechte der Bundesliga, sondern irgendwie teilt sie sich mit Eurosport. Das heißt, wenn du alle Bundesligaspiele live gucken willst, musst du einen Sky- und einen Eurosport-Vertrag abschließen. Ich dachte, Eurosport wäre einfach so ein normales, wie heißt das, Free-TV. Die haben ja auch Pay-TV-Sender. Also zumindest außerhalb von Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Also es wird alles komplizierter und es kommen eben noch weitere Freitags- und für die Bundesliga auch Montagsspiele dazu. Ja, super. So, und hier Sport 1, ehemals DFL. Nee, DSF. DSF. Ja. Genau, die haben auch ab der nächsten Saison, also nicht 2016, 2017, sondern 2017, 2018, nicht mehr das Recht am Montagsspiel der zweiten Liga. Das heißt, vielleicht gibt es gar kein Montagsspiel mehr in der zweiten Liga, aber vielleicht kauft es auch einfach irgendwer anders und es gibt noch ein Dienstagsspiel oder keine Ahnung was. Also das wird immer schlimmer und gerade wir Fans vom FC St. Pauli sind jetzt gleich am Anfang der neuen Saison schon wieder gearscht, denn unser erstes Spiel der Saison ist auswärts beim VfB Stuttgart. Ist natürlich sehr attraktiv. Ja. Gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Ach so. Wird sicherlich ein spannendes Spiel und findet statt am Montagabend um 20.15 Uhr. Hey, toll. Das heißt, St. Pauli, da könnt ihr nach der Arbeit noch schnell alle hin. Müssten zwei Tage Urlaub nehmen, weil ein Tag zum Himmfahrt, Arbeitsgucken, Dienstag zurück. Weil das schaffst du nicht nach dem Spiel. Das Spiel geht dann bis um 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch einen Zug fährst oder einen Flieger oder geht oder so. Und wenn du dann nachts noch mit dem Bus zurückfährst, dann kannst du halt am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Geht nicht. Kannst du vergessen. Ja, danke DFL für diese Spielansetzung. Ich persönlich profitiere natürlich davon, weil ich dieses Spiel dann halt kostenlos im Free-TV übertragen und ich kann halt zu Hause schön auf dem Sofa sitzen. Aber wenn man sich das vorstellt, dass die Fußballspiele dann bald alle ohne Live-Beteiligung stattfinden oder nur noch mit so ein paar bezahlten Heimfans wie bei diesen Werksvereinen, dann ist das schon irgendwie traurig. Bezahlte Heimfans wie bei diesen Werksvereinen? Ja, das ist natürlich ein Gerücht. Antifa GmbH. Antifa GmbH. Antifa GmbH kennst du, ne? Nee. Echt nicht? Das ist so eine Satire, die irgendwann mal irgendwer irgendwo hingeschrieben hat. Praktisch so ein gefakter Vertrag von der Antifa GmbH, dass du für, wenn du dich an Gegendemonstrationen, also an Nazi-Gegendemonstrationen beteiligst im Namen der Antifa, dass du pro Stunde, die du demonstrierst, 25 Euro bekommen würdest. Und das haben natürlich diese ganzen Schnuller-Nazis, die da im Netz unterwegs sind, haben das natürlich alles gefressen. Und das ist dann so weit gegangen, dass irgendwie, ich glaube in Sachsen oder Sachsen-Anhalt so ein AfD-Landtagsabgeordneter ernsthaft eine Anfrage gestellt hat an die Landesregierung, was es denn damit auf sich hat, dass die AfD bezahlte Demonstranten und so weiter irgendwie nachverbreiten will. Begründet hat er das damit, es gäbe Gerüchte im Internet. So hohl musste erst mal sein. Antifa GmbH, finde ich echt super. Ich spielte an auf so Stadien wie in Wolfsburg, wo halt nur zu Topspielen ausverkauft ist und ansonsten kriegst du die Karten halt hinterhergeworfen. Das ist halt irgendwie, ja. Aber was hat das damit zu tun? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also in Stuttgart werden halt wenig Auswärtsfans dabei sein. Ja, ja klar. Weil das einfach nicht geht. Und wenn jetzt irgendwie auch die Bundesligaspiele noch alle in die Woche rein entzerrt werden, ist halt dieses ganze, Gästefans werden auch anreisen irgendwie vorbei. Also das wird halt immer schwieriger für die Gästefans gemacht. Das heißt, Heimfans, ja, werden da sein, wenn es denn welche gibt. Also es gibt halt viele Vereine, die haben eher weniger Heimfans. Also ich will jetzt die Wolfsburger Fans nicht schlecht machen. Aber da wohnt halt keiner. Aber da wohnt halt. Das ist halt eine kleine Stadt. Meine Tochter fährt da im Herbst zur Klassenreise hin. Und die machen halt Werbung damit, dass die Jugendherberge keine zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt ist. Und die drei Ausflüge, die sie machen, zur Autostadt, zur Sternenbad. Beten in der Autostadt. Im Planetarium und beten in der Autostadt. Ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen darüber, dass sowas wie die Autostadt die Kathedralen als Pilgerorte abgelöst hätte. War eine steile These, aber irgendwie lasse ich ganz interessant oder ganz witzig. Und das Wolfsburger Fano, was halt so eine Wissenschaftsausstellung, so ähnlich wie das, in Berlin gibt es auch sowas ähnliches, neben dem Deutschen Museum, wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn das da? Was denn? Dieses eine Museum da in Berlin, weißt du? Technikmuseum. Genau, und daneben ist so eine Ausstellung für Kinder, wo man so reingehen kann und Kinder können alles ausprobieren. Ja, sowas ähnliches gibt es halt auch in Brustburg. Wie ist das denn? Fano. Fano ist das. Ja. Soll alles sehr schick sein, aber... Was machen die denn? Machen die die restlichen vier Tage oder fahren die nur drei Tage weg? Das ist ein Tag Anreise, ein Tag Autostadt, ein Tag Planetarium, ein Tag Fano und dann Abreise. Ach so. Also fünf Tage. Ich weiß nicht, was die noch machen. Das ist ja die MINT-Klasse, die dürfen nur Sachen mit Technik machen. Schwimmen und so ist das nicht. Echt? Aber das ist jetzt nicht verboten oder sowas? Natürlich. Natürlich gehen die schwimmen. Gut. Die haben halt zwei Stunden die Woche ihren Profilunterricht. Und ja, ansonsten sind sie halt eine ganz normale sechste, siebte Klasse. Oh, siebte Klasse. Ich überlege gerade, wie lange wir weggefahren sind damals. Länger als eine Woche waren wir, glaube ich, auch nie weg. Ne, länger als eine Woche mit Sicherheit nicht, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Woche war. Es gab, glaube ich, in der Grundschule mal so Kassenpartner, die dann halt nur vier Tage waren, aber fünf Tage ist schon so. Aber was ich gerade irgendwie denke, ist, wo wir hingefahren sind, da gab es immer so ein Schullandheim Dattenberg. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Dattenberg. Warte mal, Dattenberg, was soll das denn? Wo ist denn hier? Dattenberg. Gemeinde Dattenberg. Dattenberg ist eine Ortsgemeinde im Norden von Rheinland-Pfalz, dicht an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ah ja. Hast du dann irgendwie da in der Pampa gehockt? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was du wieder gemacht hast. Das ist so weit von Köln wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Dann hast du halt so Nachtwanderungen, ein bisschen Fußball gespielt und das war es aber, glaube ich, auch schon. Naja, so Ausflüge waren auch schon mal. Ich weiß noch, dass unsere Tut-Fahrt mit den Tutanten, wir hatten ja einen Tutor in der Oberstufe. Was hat er gemacht? Wir hatten sowas nicht. Was ist das? Das war der Lehrer, der Klassenlehrer quasi. Ach so. Der Klassenlehrersatz in der Oberstufe. Ah okay, die hießen bei uns Jahrgangsstufenkoordinatorin. Das ist ja nochmal was anderes. Ach so. Die haben doch dann den Job, tatsächlich den Unterricht zu organisieren und der Tutor war quasi so ein Ersatz für den Klassenlehrer. Also es gab halt keine Klassenverbände mehr, sondern er hat Kurse belegt. Ja. Und der Tutor war dann quasi dein Ansprechpartner. Doch, doch, nee, das waren bei uns auch diese Oberstufen-Heinzis. Ja. Das waren unsere Ansprechpartner auch. Und mit unserer Tut-Gruppe sind wir dann an die Schlei gefahren. Und haben da auf Instrumenten die Tut-Suite gespielt. Die kleinste Stadt Deutschlands, wie hieß die noch? Die was? Die kleinste Stadt? Die kleinste Stadt Deutschlands mit irgendwie 200 Einwohnern oder so. Keine Ahnung, echt? Weiß ich nicht mehr. Wie hieß denn das da? Irgendwie. Da war halt auch nichts irgendwie und irgendwie sind wir hingefahren. Und der Lehrer hat von uns erwartet, dass wir das dort alles organisieren. Und war dann, als wir dort waren, ganz enttäuscht von uns, dass wir… Nicht schon vorgefahren seid. Dass wir nichts organisiert hatten. Dass wir nicht überlegt hatten, was könnte man denn da unternehmen. Und wir haben dann einfach nichts organisiert. Wir sind hingefahren, haben Bier getrunken und sind wieder zurückgefahren. So ungefähr. Also das war unsere Tut-Fahrt. Ja. Die Klassenfahrt, 12. Klasse. Ich war so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf andere Gruppen. Also es gab, glaube ich, eine Gruppe, die hatte dann auch irgendwie Französisch und hatte dann eine Französischlehrerin als Tutorin und die Tutanten sind dann mit ihr… Tutanten. Merkst du selbst, ne? Tutanten sind dann irgendwie nach Paris oder irgendwie… Es gab halt auch Klassenfahrten, die gingen nach London oder Paris und das fand ich immer total geil. So was durfte ich nicht. Ja, wir waren in London. Arsch. Also auch nicht in London, sondern in einem Ort. Warte mal, wie hieß denn dieser Ort? Orpington hieß der in der Grafschaft Kent. Also es war in der Nähe von London. Da bist du aber halt auch ewig mit dem Zug gefahren, bist du überhaupt mal in London, war es entsprechend wenig, haben wir von London mitgekriegt irgendwie, weil eigentlich willst du ja dann irgendwie, ja, eigentlich willst du ja die ganze Nacht durch London laufen und wilde Sachen machen, Punk und so, was es damals halt so gab, als ich jung war. Aber irgendwie, ne, war das auch nicht. Arnes heißt die Stadt. Arnes. Oh, nie gehört. Arnes. Anders Schleier. Und dann waren wir mal, dann waren wir auch so, warte, wann gab es Klassenfahrten? In der sechsten, fünften oder sechsten? Dann in der siebten, da ging es Skifahren, das war auch total super. Cool. Nach Leo Gang. Wobei ich Skifahren halt total scheiße finde, das macht mir halt absolut keinen Spaß. und, ja, dann bin ich da auch noch irgendwie krank geworden, habe irgendwie Fieber gehabt und, naja, es war alles so mittel halt nur. Und in der neun waren wir dann in Bamberg, keine Ahnung warum. Da war ich auch mal. In Bamberg. In Bamberg habe ich auch eine Klassenfahrt gemacht. Und in Bamberg haben wir dann irgendwie dann. Da regnet es. Jetzt gerade? Nein, da fließt ein Fluss, der heißt die Regnitz. Genau, Regnitz oder Pegnitz, eins von beiden, ne, war das so, oder? Regnitz. Jedenfalls haben wir da so ein paar. Das Einzige, woran ich mich da erinnern kann, war, dass direkt neben uns ein Blitz eingeschlagen hat. Wir sind wandern gegangen und so direkt neben uns ein Blitz eingeschlagen. Jeder von uns war davon überzeugt, dass es direkt neben ihm war. Also dabei waren wir so auf 100 Meter weit verteilt. Er ist genau neben mich. Na und dann waren wir mal, als wir in Bamberg waren, sind wir da so an dieser Regnitz langgelaufen irgendwie. Und da waren dann so ein paar GIs, die haben da gegrillt. Dann haben wir uns zu denen gesetzt, haben mit denen gegrillt und getrunken. Und irgendwann waren wir dann halt auch wieder in der Jugendherberge und irgendwie einer dieser GIs fand dann irgendwie eine von meinen Mitschülern ganz toll. Und ich erinnere mich da echt nur noch schemenhaft an diese. Wahrscheinlich auch, weil wir ständig getrunken haben. Als Jugendlicher trinkt man ja schnell. Das ist ein Biermetropole. Jedenfalls stand dann irgendwann dieser GI stockbesoffen nachts im Hof der Jugendherberge mit runtergelassener Hose, hatte sein Löhres in der Hand und hat den Namen meiner Mitschülerin gerufen. Oh Gott. Aha. Die wilden 80er Jahre. Weiß ich nicht. Die war eh immer ein bisschen seltsam. Das war die Klassenfahrt. Und dann waren wir, zuerst waren wir in Marburg. Warte mal. Nee, erst waren wir in Bamberg. Da hab ich sitzen geblieben, da hab ich noch mal Klassenfahrt. Und die ging nach Marburg. Geschickt. Da weiß ich auch noch, da hab ich, da haben wir uns auch, das war so langweilig. Da haben wir uns auch dermaßen volllaufen lassen. Also was pubertierende Jungs halt so machen. Und gemacht haben in den 80ern. Heute machen Kinder das ja nicht mehr. Nein. Heute sind die alle auf Keta. Nehmen Sie sinnvollere Drogen. Heute sind die alle auf Keta. Ich sag's dir. Was ist Keta? Schlag's nach. Ketamin. Achso. Ja. Und ich weiß noch, wir waren irgendwann saufen. Ich bin dann irgendwann, konnte ich nicht, wir bin dann zurück in die Jugendherberge. Lag so im Bett und dachte, boah ey, frische Luft. Ich hab aufgeschlafen, hab das Fenster aufgemacht, einmal eingeatmet. Und aus dem Fenster gekotzt. In den Innenhof der Jugendherberge. Als nächstes müssen dann unsere Lehrer nach Hause gekommen sein. Weil ich hab dann geschlafen. Also das wurde mir hinterher nur kolportiert. Als nächstes müssen dann unsere Lehrer nach Hause gekommen sein. Und haben sich vor die Kotze gesetzt auf eine Bank. Also so ein bisschen, da stand halt eine Bank irgendwie zehn Meter weiter vorne war die Kotze. Und haben gewartet auf den Nächsten, der besoffen heimkommt. Und das war Frank. Um ihn mit der Nase in die Kotze zu kippen. Frank musste das dann aufwischen. Das ist mal eine Erziehungsmaßnahme. Naja, wie so ein Hund, den man irgendwie mit der Nase in die Hundescheiße stupst oder so. Das ist echt mal krass. Und irgendjemand hatte in der Nacht noch in die Dusche gekotzt. Das war auch irgendwie nicht in Ordnung. Und hat es nicht zugegeben. Auf der Abifeier, da hat das dann zugegeben. Ach ja, Menschen unter Alkoholeinfluss. Das ist schlimm, ja. Ein Freund von mir sagte mal, hat aufgehört Alkohol zu trinken, weil er meinte, Alkohol verändert Menschen nie zum Besseren. Hat er recht? Ja, zum Glück trinke ich einen über normalen Null-IPA-alkoholfreigaden. Ah, schön. Wie findest du es? Sehr gut. Echt? Mir ist das ein bisschen zu malzig und ein bisschen zu süß. Ich mache das sehr gerne. Das habe ich im Alleselbe kennengelernt. Und die haben das. Und als ich letztens ein Bierlager bestellt habe, hatten sie auch ein paar Flaschen, da habe ich eigentlich mitbestellt. Sehr, sehr lecker. Hier, apropos bestellt. Ja. Ich war beim Bürgeramt. Ja. Okay, du bist kein Berliner. Es gibt tatsächlich auch einen Burgerladen, der Burgeramt heißt, der sehr gut ist übrigens. Kann ich auch empfehlen, essen zu gehen. Aber nur, also Berlin-Besucher aufgepasst. Das Burgeramt hat zwei Filialen direkt nebeneinander. Das eine ist der Imbiss, das andere das Restaurant. Im Imbiss sind sie zu hektisch, da werden die Burger nicht so gut. Im Restaurant werden die sehr gut. Weil die da ein bisschen mehr Zeit sich lassen in der Küche. Ne, ich war beim Bürgeramt. Da, wo man Ausweise bekommt. Genau. Würdest du in Berlin leben, würdest du jetzt echt sagen, weil du kriegst hier praktisch keine Termine beim Bürgeramt. Die haben halt so ein Terminvergabetool online, alles ganz toll, aber du kriegst halt keine Termine. Vor allen Dingen nicht da, wo du gerne hin wolltest, weil du vielleicht um die Ecke wohnst. Also ich wohne zehn Minuten zu Fuß entfernt vom Bürgeramt Tempelhof. Und hab dann geguckt, also so auf diesem Kalender-Dingsi und hatte zwei Optionen, einen Termin zu kriegen in Reinickendorf. Das ist am Norden, am nördlichen Ende Berlins. Also es ist richtig weit weg. Oder in Berlin-Mitte. Hab ich gedacht, okay, gehst du in der Mitte, kannst du hinterher noch irgendwie ein bisschen was Shopping oder weiß der Geier was machen. Und ich hab auf diesen Bürgeramtstermin fast zwei Monate gewartet. Also du kannst nicht drauf gucken und sagen, okay, ja, nächste Woche hab ich einen halben Tag frei. Dann geh ich zum Bürgeramt und lass meinen Ausweis machen. Sondern zwei Monate. Das ist richtig peinlich. Also Berlin ist, was das angeht, völlig im Arsch. Also hat der Senat, also im Grunde die letzten Senate haben Berlin in Grund und Boden gespart. Vor allen Dingen unser aller Freund Thilo Sarrazin, der dann hinterher den Verstand verloren hat und irgendwie nur noch ein komisches Rassistenstand. Der war mal in Berlin Finanzsenator. Unterwurfereit. Und die haben hier halt gesparen, bis es knirscht oder bis es quietscht oder so ähnlich, haben sie ausgerufen. Und haben halt hier alles so weit kaputt gespart, dass die Bürgerämter nicht mehr funktionieren. Und jetzt quietscht es halt. Jetzt quietscht es halt. Und zwar nicht zu wenig. Dass die Bürgerämter nicht mehr funktionieren, dass wir einen Sanierungsstau bei den Schulen in Berlin von fünf Milliarden Euro haben. Und was die alles sonst noch so hinbekommen. Die können halt nichts. Aber gut, weiß ja jeder, der sich, der mal die Zeitung aufschlägt und sich über Berlin informiert, weiß, dass der Senat ein Witzfigurenkabinett ist und nichts auf die Reihe kriegt. Was ich noch viel schlimmer finde daran ist, dass das Abgeordnetenhaus von Berlin diese Scheiße legitimiert. Weil letztendlich ist das Abgeordnetenhaus sind die, die halt die Regierung legitimieren. Und die lassen sich das einfach alles gefallen. Da sitzen da nicht so Piraten drin. Ja, das sind die einzigen, die eine vernünftige Oppositionsarbeit machen. Der Martin Delius zum Beispiel, der kann doch da mal aufräumen. Ja, so gut das geht, machen die das auch. Aber du hast als Opposition halt ein Problem, wenn du gegen eine große Koalition handeln musst. Ja, klar. Und dann noch zwei andere Oppositionsparteien da drin hast, die um jeden Preis, also die lieber den Ball flach halten, weil sie gerne mal wieder regieren wollen. Den habe ich letztens in der Tagesschau gesehen, den Martin Delius. Das fand ich ganz nett, weil meine Töchter dabei waren und die haben den erkannt. Ich glaube, das erste Mal, dass sie im Fernsehen jemanden gesehen haben, den sie persönlich kannten, fanden sie ganz aufregend. Ist mir eben passiert, stehe ich vor dem Bütchen, also im Friedrichshand, stehe ich vor dem Bütchen, pass auf den Rucksack von Leo auf, weil er den nicht mit reinnehmen wollte. Er hatte heute so eine Phase. Und kommt ein Typ aus dem Bütchen und sagt, sind Sie Holger Klein? Ich sage, ja, guck den an und sage, kriege ich jetzt eins aufs Maul? Sagt er, nee, nur ein Lächeln. Tschüss. Schwein gehabt. Jedenfalls hatte ich einen Termin beim Bürgeramt. Du musst halt zwei Monate darauf warten. Und kannst auch nicht irgendwie in das Bürgeramt gehen, wo du wohnst, sondern musst halt da hin. Dann habe ich gefragt, als ich meinen Ausweis beantragt hatte, können Sie sich denn dann nach Tempelhof schicken, dass ich mir den wenigstens bei mir zu Hause abholen kann? Ich wohne da um die Ecke. Nein, da müssen Sie hierhin kommen. Ja, alles gemacht, getan. Und wie ich da so sitze und dir diesen Zettel ausdruckt oder das Passfoto draufgeklebt wird, sage ich, ach Mensch, ja genau, mein Reisepass ist auch abgelaufen. Ich brauche einen neuen Reisepass. Guckt die mich an und sagt, ja, nee, dafür brauchen Sie aber einen neuen Termin. Am liebsten wäre ich ausgerastet, aber dann dachte ich mir, nee, jetzt hast du zwei Monate auf diesen Termin gewartet, jetzt rastest du mal nicht aus, sonst musst du nochmal zwei Monate warten. Die weigern sich einfach nochmal auf den Knopf zu drücken und zu sagen, klick, auch noch ein Reisepass. Weil da kommt halt auch nur so ein Blatt Papier raus, das ich unterschreiben muss und dann tüten die das ein. Jetzt muss ich mir extra für diesen Reisepass einen neuen Termin beim Bürgeramt holen. Das ist so unglaublich. Der gesamte Politbetrieb Berlins ist das beste Argument dafür, ihn nicht zu wählen. Das ist echt völlig absurd. Das gibt es überhaupt nicht. Ich finde, also, habe ich erzählt, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal in die USA gereist bin und dafür einen Reisepass brauchte? Na, so Notfalltermine gibt es da immer. Du kannst dann hingehen, kannst sagen, dringend, dringend, schlimm, schlimm, schlimm und dann wartest du halt. Ach so. Also das geht schon, aber... Ja, die Wartezeit im Büro der Samtgemeinde Torstedt beträgt halt maximal drei Minuten. Ja, ja, klar. Also, falls halt gerade jemand Kaffee trinkt. Das ist noch besser. Also, du musst zwei Monate im Voraus so einen Termin beim Bürgeramt machen. Also, du kriegst halt einfach keine. Wenn du Glück hast, vielleicht sechs Wochen oder so. Im Bürgeramt hängt ein Aushang, der die Leute darauf hinweist, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, sich zwei Wochen nach einem Umzug an ihrer neuen Adresse zu melden. Wie kann man eigentlich so schmerzfrei sein? Das ist so... Ja, gerne, mach ich doch gerne. Kann ich aber nicht. Könnt ihr mir sagen, wie? Das ist echt völlig irre. Schade eigentlich, ne? Ja, aber immerhin habe ich jetzt ein Ausweisband drin. Kann ich jetzt auch demnächst abholen. Könnte ich eigentlich noch machen die Tage. So ein Museum in Berlin, habe ich gesehen. Wo die Kinder alles anfassen können. Ja. Neben dem einen Museum. Ja, genau. Neben dem einen Museum da halt. Ne, aber ich muss ja... Meine Gleitsichtbrille hole ich auch in... Oder das Flugzeug dran ist. Genau, meine Gleitsichtbrille hole ich aber auch in Mitte ab. Dann kann ich da ja auch nochmal beim Bürgeramt vorbeigehen. Und vielleicht... Brauchst du jetzt einen weiteren Termin, um deinen Ausweis auch abzuholen? Ne, da kann ich anscheinend einfach hingehen irgendwie und muss mich dann in wahrscheinlich eine 80-Leute-Lange-Schlange stellen oder so. Notfalltermin. War dran. Dann hatte ich irgendwann mal angerufen. Wir haben so eine zentrale Bürgertelefon-Hotline, wo sehr nette, freundliche Menschen arbeiten. Das klang jetzt irgendwie ironisch. Die sind wirklich nett und freundlich. Ich da angerufen, habe gesagt, ja Tag, ich brauche einen Termin, einen neuen Ausweis. So hat er, ja, kann ich Ihnen auch keinen geben. Ich sage, was soll das denn? Ja, sie sind alle voll. Also müssen sie morgen auszusehen. Die sind alle voll. Also die gehen dann auch nur zwei oder drei Monate in die Zukunft. Die Termine oder die Berater? Ja, wahrscheinlich auch die Berater. Auch schön. Dann hatte ich an dem Tag, wo ich den Ausweis, also wo ich den Termin im Bürgeramt hatte, habe ich diese Auskunftsnummer angerufen. Ich habe gesagt, Tag, ich habe nachher einen Termin im Bürgeramt, brauche noch Passbilder. Wissen Sie, ob ich da irgendwo einen Passbildautomaten finde? Sagen die, ja, im ersten Stock im Bürgeramt, da können Sie Passfotos machen, da ist ein Fotograf. Ich sage, ja, super. Fahr da hin, geh den ersten Stock hoch, wegen Krankheit geschlossen. Die sind noch nicht mehr in der Lage, so was auf ihre Webseite zu schreiben. Oder irgendwie, also die haben noch nicht mal irgendwie so ein Informationssystem, wo solche Sachen drinstehen. Ja. Ja. Also, jedenfalls, ich da angerufen, 115 ist die Nummer, ein zentraler Behördenruf sozusagen. Sag hier wieder Termin, bla. Da, sagt er, nee, ist nicht, höchstens in, was weiß ich, dreieinhalb Jahren irgendwo, wo Sie garantiert nie wieder wegkommen, wenn Sie da einmal hingefahren sind. Sag ich, ja, aber das kann doch nicht sein, das muss doch möglich sein, dass ich hier so einen blöden... Sag ich, was brauchen Sie denn? Sag ich, ein Personal aus? Sag ich, das ist abgelaufen. Sag ich, ja, nee, ich will so einen kleinen haben, weil ich vergesse dauernd den großen mitzunehmen. Sag ich, ja, passen Sie mal auf, was Sie machen können ist, es gibt ja die Online-Wache von der Polizei, wo du so Anzeigen aufgeben kannst und sowas alles. Sag ich, ja, da... Gibt es übrigens auch nur in Berlin. Gehen Sie mal hin, also dann gehen Sie mal auf die Webseite. Weiß ich gar nicht. Gehen Sie mal auf die Webseite und melden einfach Ihr Portemonnaie oder Ihren Ausweis für gestohlen. Mhm. Und dann kriegen Sie eine Vorgangsnummer, da drucken Sie sich aus und damit gehen Sie dann einfach zum Bürgeramt morgens. Die haben für genau solche Fälle, haben die Notfalltermine. Das ist doch völlig absurd, oder? Ich finde, da sagt mir jemand vom Bürgeramt, wie ich das Bürgeramt am besten bescheiße, indem ich die Polizei unnötigerweise belaste. Belüge. Aber noch Belüge, genau. Das ist doch Wahnsinn, oder nicht? Ich weiß, überhaupt nicht. Und die schämen sich noch nicht mal, das ist das Schlimmste daran. Naja, was sollen sie denn machen? Sich schämen, zu Kreuze kriechen, irgendwas Präsentkörbe schicken, was man halt so macht. Davon werden die Beamten im Bürgerbüro aber auch nicht mehr. Davon werden die Beamten auch nicht fett. Nicht mehr, also sie müssten ja mehr sein, um... Ja, sie müssten mehr sein, außerdem müssten sie vielleicht ihre Software und ihre Hardware mal auf einen vernünftigen Schreiben. Ich meine, dann sitze ich da in diesem Ding und sage, ja, hier, Passfotos. Also dann, Passfoto kaputt, dann bin ich da zum Empfang gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich kann jetzt hier keine Passfotos machen. Wo kann ich denn jetzt Passfotos machen? Ja, irgendwo am Alexanderplatz. Sag ich, wo denn? Ja, da stehen so Fotoautomaten. Sag ich, wo denn? Ja, weiß ich auch nicht. In die U-Bahn, zum Alexanderplatz gefahren, zwei Stationen oder wie viele das sind. Ich hatte glücklicherweise noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, das ist ein Schutzpolizei, das ist eine Frage. Bin dann da rumgerannt wie so ein Blöder, hab dann irgendwann so einen Fotofixautomaten gesehen, hab mich da reingesetzt, genau wie das Ding, hast du schon mal in so einem Automaten gesessen? Hast dann so richtig so Kopfumrisse auf dem Bildschirm, wo dann die Augen platziert sein müssen, so genau hingesetzt, Klick gemacht, Ding hat auch fotografiert, alles toll. Fahr dann zurück, sitze im Schalter, gibt dir die Passfotos, sagt die, oh nee, die sind aber nicht biometrisch. Sag ich, die sind aus so einem Fotoapparat, der gesagt hat, das wäre biometrisch. Ja, aber ihr Kopf ist zu niedrig. Sag ich, ich habe aber genau so gesessen, wie das Ding gesagt hat, dass ich sitzen soll. Ach, ich weiß nicht, holt eine Schablone raus und fängt an zu messen und sagt, ja, das geht eventuell gerade noch so. Und klebt das Ding und sag ich zu der, sagen Sie mal, warum machen Sie die Fotos nicht einfach hier mit einer dämlichen, also so habe ich es nicht gesagt, mit einer Kamera, weißt du, man könnte ja so eine 30 Euro Logitech-Webcam einfach da hinstellen und sagen, so, dann machen wir jetzt mal ein Foto von Ihnen. Klick, Foto fertig. Sagt sie, nein, das geht noch nicht. Das ist so geil. Noch. Und dann sitzen da diese armen Schweine, die, das sind ja arme Säue, die da sitzen unter Armen. Ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie was dafür könnten, dass der Senat total versagt hat. Das ist eigentlich das Tragische daran und die müssen es dann letztlich ausbehalten, weil ich glaube nicht, dass jeder freundlich zu denen ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Boah, wahnsinn, echt. Jedenfalls kriege ich jetzt nur einen Personalausweis. Und nächstes Jahr dann einen Reisepass. Nee, meiner gilt noch. Ich weiß gar nicht, wie lange mein Personalausgeld. Ich hatte den letztens verloren. Nee, nee, du kannst ja samt Gemeinde tosten. Ich kann einfach hingehen und... Moin. Moin. Was los? Ausweis weg. Jo, hier. Ja, mach. Ich mach. Können und Käffchen. Ja, das ist echt praktisch daran, hier auf dem Land zu wohnen. Im Speckgürtel. Was wollte ich gerade erzählen? Ich weiß nicht, irgendwas vom Land. Perso verloren. Perso verloren, genau. Das ist Perso verloren. Hatte ich doch nicht verloren. Das ist mir auch mal passiert. Ich war auf einer Hochzeit und hatte als Tasche nur meine Kameratasche mit, wo halt die Kamera und zwei Objektive drin waren. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich nicht noch einen Rucksack oder meine Tasche mit, sondern packe halt einfach alles, was ich brauche da rein. Da war halt die Sonnenbrille drin und eben auch meine Ausweistasche, wo halt Führerschein, Fahrzeugpapier und Perso drin ist. Ja. Habe ich danach dann vergessen und das ist jetzt halt ein Monat her gewesen und jetzt habe ich das Ding gesucht und nicht gefunden und ich war fest davon überzeugt, es muss irgendwo in meiner Tasche sein, aber ich bin nicht auf die Fototasche gekommen. Da habe ich eine Woche lang gesucht. Das macht mich immer tierisch nervös, weil ich dann immer denke, da war glaube ich nichts drin, womit man irgendwie Geld abheben kann, also keine Kreditkarte oder EC-Karte. Aber was war denn da noch drin, außer meinem Perso und dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren? Ich glaube noch irgendwie ADAC-Karte. Was ist denn da noch drin? Das macht mich total kribbelig. Das ist dieses, ich packe Sachen in andere Taschen, um irgendwo hinzufahren. Morgen will ich wieder mit dem Fahrrad in die Firma fahren. Das kann ich nicht mit meiner normalen Tasche machen, weil das ist ja so eine Umhängetasche, sondern dann nehme ich dann mangels Gepäckträger an meinem Rennrad, nehme ich einen Rucksack, wo ich so das Nötigste reintue. Und dann muss ich immer, ich habe drei Schlüssel, also einmal so ein Anhänger-Dingsi mit einer Schnur, wo halt meine Zugangskarte für die Firma drin ist. Ich habe meinen Schlüsselbund, wo Haustürschlüssel, Schuppenschlüssel, Fahrradschlüssel für mein gutes Fahrrad drin ist. Und dann habe ich noch ein drittes Schlüsselbund, das ich eigentlich nur in der Firma brauche, wo der Schlüssel für meinen Spind in der Firma, wo halt meine frischen Klamotten drin sind, falls ich mit dem Fahrrad in die Firma fahre, wo der Schlüssel für mein Firmenfahrrad ist. Also ich habe ja keinen Firmenfahrrad, nicht von der Firma gestellt, sondern mein altes Schrottfahrrad steht halt im firmeneigenen Fahrradkeller. Ja. Und dafür brauche ich auch nochmal einen Schlüssel. Und das sind so die drei Schlüsselbünde, die ich brauche. Und mein Portemonnaie brauche ich halt auch. Kann man das nicht, das würde mich ja wahnsinnig machen. Also ich habe ja nur vier Schlüssel an meinem Schlüsselbund und das macht mich schon wahnsinnig. Wieso? Wie soll ich das optimieren? Weiß ich nicht. Schließanlage, einfach überall dieselbe Schließanlage hin. Ich könnte natürlich die Firma fragen, ob ich deren Zugangssystem auch hier zu Hause installieren kann. Ja, zum Beispiel. Und den Kindern dann auch so Adobe-Reintrittskarten. Aber nicht verlieren, Kinder. Naja, die sind ja einzeln kodiert und da kannst du ja jeder Karte kannst du sagen, welche Türen damit aufgehen sollen, welche nicht. Stimmt, das ist eigentlich auch cool für zu Hause, ne? Genau. Gibt es auch. Also ich kenne schon Leute, die haben so oft ihre Schlüsse verloren und mussten dann die Schlösser austauschen, dass die sich elektronische Schlüsse für zu Hause gekauft haben. Dann kriegst du so eine Chipkarte, die kannst du programmieren. Ja. Und dann hast du einfach Schließzylinder tauschen mit einer kleinen Batterie drin. Ist halt schlecht, wie die Batterie alle ist. Im Schließzylinder ist eine Batterie. Ja. Das ist natürlich echt doof. Macht sich das bemerkbar wenig. Ja, ja, sicher. Kriegst du halt irgendwie ein paar Monate vorher, kriegst du ein Signal, das hält dann ja irgendwie ein Jahr oder so. Du musst halt einmal im Jahr die Batterie wechseln. Keine Ahnung. Ich habe mich nicht ausführlich damit beschäftigt. Die sind auch ein bisschen teuer noch. Aber wenn so eine Karte verloren geht, brauchst du halt nur eine neue Karte zu kaufen. Die kannst du dann neu programmieren. Alle anderen programmierst du auch um. Das Schlossprogrammierst du auch um. Du musst halt nicht den Schließzylinder tauschen, weil der Schließzylinder, den wir hier in unserer Haustür haben, der kostet halt irgendwie 130 Euro oder so. Und dann die Schlüssel dazu, jeweils 20 Euro, weil das halt kodierte Schlüsse sind. Das ist halt schon Geld. Aber sowas Elektrisches geht natürlich auch nur, wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst oder das Mehrfamilienhaus, in dem du wohnst, dir gehört. Oder du irgendwie die Leichen in den Kellern der Hauseigentümer kennst, sodass du dann irgendwie verhandeln kannst, dass das überall eingesetzt wird. Weil wenn du nur in der Mietwohnung oben, also nur an deiner Wohnungstür so ein Ding hast, ist das halt Quatsch, weil dann hast du immer noch einen Schlüssel für unten. Weil wenn, dann willst du es ja durchgehend so haben. Das stimmt. Wobei gerade für Vermieter wäre das wahrscheinlich total interessant, sowas zu haben. Schließsystem. Na, haben wir ja. Wobei du damit ja... Also in meinem Haus, ja. Also es sind halt Schließanlagenschlüssel. Also es ist halt eine Schließanlage, die... Das heißt, du kannst selber keine Schlüssel nachmachen von deinem eigenen Wohnungsschlüssel. Genau, dazu brauche ich eine Genehmigung von der Hausverwaltung. Und eigentlich hätte ich das... Also am liebsten müsste ich eigentlich mal fragen, ob das geht. Dass ich nicht einen Satz Schlüssel haben kann. Also dass ich mir einen neuen Schließzylinder für hier oben hole. auf den der Schließanlagenschlüssel auch passt. Das müsste ja eigentlich gehen, ne? Keine Ahnung. Ja, schön wäre es, wenn man irgendwie so einen RFID-Chip in die Hand implantiert hätte, die einen dann überall reinlässt. Nein. Ich möchte nichts in meine Hand implantiert haben, was nicht der Funktion der Hand dient. Also das heißt, so Aktuatoren... Aktuatoren fände ich halt schon cool. Damit ich so Kartoffeln, rohe Kartoffeln mit der bloßen Hand zerquetschen kann, wie Weiland, Raimund, Harmsdorf. Das schon. Im Boot, ne? Genau. Können wir eigentlich nochmal... Das ist auch noch liegen geblieben von letzter Sendung. Können wir nochmal über Fußball reden, bitte? Habe ich das gesagt? Ja, ich war am Sonntag gerade bei einem Testspiel in St. Pauli gegen Viktoria Berlin. Das passt auch zu diesem Podcast. Komm, Berlin gegen Hamburg. Das meinte ich nicht, aber ja, bitte. Bin ich irgendwie spontan hingefahren in den Schwarzen Beek. Es war recht enttäuschend, ehrlich gesagt. Weil ich mir erstens erhofft hatte, von einem Testspiel... Okay, die spielen, glaube ich, Regionalliga. Also nicht so sehr... Also vierte Spielklasse sozusagen und wir halt zweite. Also nicht so viel niedriger angesiedelt als wir. Aber ich hatte mir trotzdem erhofft, irgendwie mehr als ein Tor zu sehen. Das ist halt irgendwie nur eins gefallen. Außerdem waren die St. Pauli-Spieler zu spät. Die Berliner waren irgendwie rechtzeitig da. So, dass es zu so einer peinlichen Situation kam, dass die Schiris und die Einlaufkinder und die Gastmannschaft aus Berlin irgendwie alle schon bereit zum Einlaufen, also auf den Platz laufen waren. Und die St. Pauli-Spieler sich aber noch warm gemacht haben. Und der Stadionsprecher so, ja, es geht jetzt gleich los und die Mannschaften machen sich auch schon bereit. Und da haben sie halt nichts, sondern haben sie halt noch warm gemacht. Man hat das auch gesehen, wie so ein Kommunikationsproblem anscheinend irgendwie. Es war so ein bisschen peinlich, dass dann die andere Mannschaft dann so wie die Schuljungen da haben warten müssen. Und es hat dann in der zweiten Halb satirisch angefangen zu pissen, was aber die Gäste, also die Zuschauer nicht so stark gestört hat, weil es waren keine da. Die haben halt irgendwie vergessen, Werbung dafür zu machen. Also St. Pauli hat halt Werbung dafür gemacht, auf der Webseite, auf Twitter und so weiter. Aber Schwarzenbeger, also der Verein hat halt im Ort keine Werbung dafür gemacht. Also es waren halt ganz wenig Schwarzenbeger. Da waren so ein paar St. Pauli-Fans da. Ich weiß gar nicht, ob Berliner Fans da waren und vom Fußballverein selbst. Aber es war halt insgesamt sehr leer. Also vielleicht insgesamt so 200 Zuschauer oder so. Es war sehr dürftig irgendwie. Und auch schade halt für den Verein, weil die wollten halt gerne Geld verdienen. Die brauchen ein neues Vereinsheim. Das hat mir dann einer da erzählt, dass das Vereinsheim abgebrannt ist. Und ja, irgendwie so Orga-technisch irgendwie blöd. Aber ansonsten war es halt total nett. Ich war mit den Kindern da und die fanden es voll aufregend, so ganz nah an den Fußballern dran zu sein. Also wir standen halt so zwei Meter hinter der Bank mit Ewald Lien und den St. Pauli-Spielern und so. Die sind dann so immer so direkt an uns vorbeigelaufen, als sie dann zum Warmmachen gekommen sind. Man konnte so ein Scherzchen miteinander machen und das war ganz sehr nett. Volle Sache. Als ich sagte, können wir nochmal über Fußball reden, wollte eigentlich ich was erzählen. Nee, macht ja nichts. Aber wenn du Fußball sagst, fang ich an zu reden. Ich fand das auch sehr lustig. Ich hab mich auch gemutet gehabt und amüsiert gar. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. War das im Spiegel oder so? Ich mute mich doch nicht, wenn ich mich über dich amüsiere. Und zwar war das, da ging es um Ultras. Nee, gar nicht, das war nicht gelesen, sondern das war ein Feature, was ich gehört habe über Gewalt und Fußball und Rechtsradikalismus und sowas. Und was ich da ganz interessant fand, also man kennt ja die Ultras. Und die einzigen Berührungspunkte mit Ultras, die ich in meinem Leben bisher hatte, waren hauptsächlich Ultras von Eintracht Frankfurt, die irgendwie ein bisschen mischugge zu sein scheinen und immer super aggro werden, wenn man Eintracht Frankfurt Scharze macht. Dabei stellt sich ja wirklich die Frage, wer die überhaupt in die erste Liga gelassen hat. Die haben dann auch angerufen. Ich hab das immer absichtlich im Radio gemacht. Pass mal auf, was du sagst, Alter, pass auf, sonst kommen wir dich mal besuchen und so. Das war sehr lustig. Und da, das fand ich ganz interessant, in diesem Feature, was ich gehört habe, haben sie erzählt, dass die Ultras eigentlich die Antifaschisten im Fußball sind. Stimmt das? Also ich fand das ganz interessant. Also die haben jetzt nicht über alle Ultras geredet, sondern hatten irgendwie so mit ein paar Ultras gesprochen. Und das waren halt echt stramme Antifaschisten, die eben auch wirklich gegen Nazis vorgegangen sind und sowas. Das fand ich wirklich ganz spannend. Also, ich bin da kein Experte, ganz ehrlich. Ich war nie Ultra und ich hab auch nie mich intensiver damit beschäftigt. Ich kenne die Ultras von St. Pauli. Ja. Da gibt es halt den, das ist einer der großen Fanclubs, Ultra St. Pauli, USP. Die waren früher auf der Gegend gerade. Jetzt sind sie seit irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren auf der Südtribüne zu Hause und da im Stehplatzbereich. Und das sind halt so die Aktivsten. Die machen sehr viele Aktionen, also von Choreos im Stadion, wo sie halt so Riesenbanner machen oder die Ultras bei St. Pauli, die machen halt auch so ausgefallene Choreos mit Riesenpappfiguren, die dann irgendwie einen Joint rauchen oder keine Ahnung was. Und die sind ganz klar antifaschistisch. Also, die sind sehr laut antifaschistisch auch, schreiben sich das auf die Banner und eindrucksvoll antifaschistisch. Und auch gewalttätig antifaschistisch. Durchaus. Das heißt, sie hauen auf den Nazis aufs Maul. Ja, und beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die jetzt losziehen, um Nazis aufs Maul zu hauen, aber das sind halt größtenteils jüngere Leute. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der zu alt ist, um ultra zu sein. Also eher so mein Alter. Aber ein großes Verständnis für die hat. Und der meinte halt, naja, denen muss man halt viel durchgehen lassen, dass die halt auch mal über die Stränge schlagen und also eben auch Gewalt einsetzen, um Nazis zu stoppen, weil sie eben so jung sind. Und jung bedeutet da, was weiß ich, wann das anfängt, Teenager bis 25, ich weiß das nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Einblick in diese Szene. Choreos sind nicht das Einzige, was die organisieren, sondern die organisieren dann eben auch so Fan-Märsche, so Solidaritäts-Märsche mit diesen und jenen und Ausgegrenzten. Und hast du nicht gesehen? Ich weiß aber nicht, wie das in anderen Vereinen ist. Also diese Ultras gibt es in sehr vielen Vereinen. Und ob jetzt bei jedem Verein Ultra auch gleichbedeutend mit links oder antifaschistisch ist, kann ich dir nicht beantworten. Und es gibt noch eine andere Bewegung, die heißt Subtras. 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 Ich persönlich habe ja auch mal einen Fan-Club gegründet beim FC St. Pauli. Der hieß als Kontrast und nicht als Gegenstück zu den Ultras hieß der Infra-St. Pauli. Ah, die Ultrastruktur gegen die Infrastruktur. Ja, 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 ja. Infra. Infraschein. Und das hat sich aber nicht durchgesetzt. Es war sehr, also es war zu entspannt. Wie lange gab es dann diesen Fan-Club? Infra? Ja. Also einen Fan-Club. Was man so alles über dich rauskriegt. So, da habe ich einen Fan-Club gegründet, dann habe ich versucht zur Bundestagswahl anzutreten. Ja. Ich versuche immer viel. Das ist wie Berlin. Im Scheitern begabt. Scheitern als Chance. Das waren drei Jahre oder so. Also das kostet irgendwie 25 Euro für ein Jahr, einen Fan-Club anzumelden. Und dann hat man eben das Recht, irgendwie den Fan-Club-Sprecherrat mitzuwählen. Und der hat halt so ein bisschen Einfluss auf das, also der hat bei St. Pauli sogar ziemlich viel Einfluss auf das Vereinsgeschehen. Ja. Ja. Habe ich aber nie gemacht. Gut. Dann gab es noch so ein Fan-Club-Sprecherrats-organisiertes Fußball-Turnier, wo man halt im Millern-Tor als Fan-Club gegen die anderen Fan-Clubs irgendwie Fußball spielen kann. Auch dazu haben wir nie eine Mannschaft zusammenbekommen. Wir waren halt genau die fünf Gründungsmitglieder. Einer von uns ist leider mittlerweile sogar schon verstorben. Der hatte Krebs. Und es hat sich halt zerschlagen. Irgendwann haben wir halt keinen Grund mehr gesehen, da diesen Jahresbeitrag zu zahlen. Weil wir eben auch nichts gemacht haben. Bevor wir zum Wetter kommen, würde ich gerne noch eine Ankündigung machen. Ist das schon so spät? Es ist schon so spät. Würde ich gerne noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird es auch in diesem Jahr, also im Jahre 2016, ein Hörerinnen-Treffen in Odonien geben. In Köln. Und zwar am 18.07. Also 18.07. irgendwie werden wir wahrscheinlich dann wieder so nachmittags anfangen. 16 Uhr, 15, 16 Uhr oder sowas. Das ist ja schon bald. Das ist schon bald. Das ist in zwei Wochen. Zwei, drei? Ja, schon bald. Ja, es wird wieder ein Hörerinnen-Treffen im Odonien geben. Liebe Hörerinnen, kommt zahlreich. Hörer sind auch gern gesehen, aber Hörerinnen umso lieber. Ich werde wieder gucken, dass ich ein paar Fass Bier ausgebe und ein paar Würste. Und fände es prima. Also ein Grill wird da sein. Wir werden also alle Infrastruktur haben. Wäre nur schön, wenn ihr auch was zu essen und zu trinken mitbringen würdet oder könntet. Und wenn jeder zehn Prozent mehr mitbringt, als er oder sie selbst verbraucht, ist für alle was da. Auch für die, die nichts mitbringen können oder wollen, wollte ich nochmal gesagt haben. Also 18.07. Odonien 2016. A safe as a date, sozusagen. Kommst du auch? Nee. Toll. Da bin ich in Schottland. Ja, siehst du, wäre ich da in Schottland, würde ich auch nicht kommen. Also das kann ich, nee, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das völlig legitim. Ein Glück. Kommen wir zum Wetter. Ein Glück. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht nur noch in Küstennähe und am Alpenrand Regen, sonst klingen die Niederschläge ab. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 6. Juli 2016, wolke ich mit Aufheiterung in der Nordhälfte. Was denn? Achso, Heiterkeit. Wolke ich mit Heiterkeit. In der Nordhälfte für Einzelschauer bei 16 bis 25 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden stärker bewölkt, in der Mitte und im Süden heiter bis wolkig und trocken 19 bis 28 Grad. Das war das beste Wetter im Internet und der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Wer redet, ist nicht tot. Wir danken für die Aufmerksamkeit. 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 Wir danken für die Aufmerksamkeit.